und ihr gerne mal joinen könnt und zwar ist die ip kursgeschule.de hallo und willkommen zu einer neuen Runde Kursgeschule auf meinem Kanal ja Leute heute habe ich mal ein paar Themen am Start und zwar geht es das erste darum, dass ich jetzt einen neuen Community-Speak habe und ihr gerne mal joinen könnt und zwar ist die ip kursgeschule.de ich denke mal die meisten von euch kennen sicher den server schon aber ich wollte den einfach noch mal ansprechen, da man das so muss oder eher gesagt ich will es auch und Leute ihr könnt auch auf dem TS dann mit mir reden und so wenn ihr wollt ihr müsst einfach nur in die Fanwarteschlange gehen und dann einfach hinter euren Namen Add Auswind Gaming schreiben dann kann es sein, dass ich euch move und dann könnt ihr mit mir reden und wir können einfach ein paar Runden Kurs bezocken oder sowas auf was ihr gerade Lust habt denn es ist auch so eine Möglichkeit wie ich dann ein bisschen mehr mit euch spielen kann und ja so das war eigentlich schon fast alles was ich so ansprechen wollte in dem Video da ich jetzt sowieso in Zukunft ein bisschen mehr Videos machen werde da ich gerade wieder Bock habe auf YouTube und ja und ich auch ein bisschen öfter livestream jetzt in nächster Zeit wieder probiere ich immer so ein Thema in einem Video anzusprechen und dann halt dafür mehr Videos zu bringen so dann sind wir jetzt auch noch im Deathmatch und einen kleinen timetour aus und wir tönen uns einfach und ja Leute würde ich sagen das war es mit der Folge Kursge wenn euch das Video gefallen hat würde ich mich gerne mal ein Like freuen und scheint gerne mal auf den Teamsblick und dann Leute tschau bis zum nächsten mal haut rein tschau bis zum nächsten mal haut rein